Hallo und herzlich willkommen auf Sonny's Side of Life, meinem YouTube-Kanal für geführte Atemmeditationen nach Soma Breathing. Mein Name ist Sonja Weger-Kuhn und ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Alle wichtigen Informationen findest Du unterhalb dieses Videos oder auf meiner Homepage unter www.sonny's Side of Life.de. Ich wünsche Dir nun ganz viel Spaß bei Deiner Atemmeditation. Hallo und herzlich willkommen zu dieser intensiven Breathwork-Praxis aus der Reihe meiner Atemmeditation. Dieses Video ist für alle, die ihre sportliche oder mentale Leistungsfähigkeit steigern wollen. Du benötigst keinerlei Vorkenntnisse und kannst ganz bequem in Deinem Bett liegend Deine körperliche und geistige Fitness in nur wenigen Minuten täglich auf ein vollkommen neues Niveau bringen. Solltest Du akut oder grundsätzlich ernsthaft erkrankt sein, an Epilepsie leiden oder schwanger sein, dann bitte ich Dich, diese Art in Praxis nicht zu praktizieren. Schaue in diesem Fall bitte gerne auf meinen Kanal. Hier findest Du garantiert eine für Dich passendere Meditation. Bevor Du nun startest, versichere Dich bitte, dass Du Dich an einem sicheren Ort befindest und Dich weder im Wasser aufhältst noch ein Fahrzeug bedienst. Und dann mache es Dir bitte jetzt ganz bequem. Schließe Deine Augen und lasse Dich von der Musik und meiner Stimme tragen. Wir beginnen zunächst auf vier Zeiten ein und auf vier Zeiten wieder auszuatmen und werden dies im Laufe der Zeit langsam steigern. Atme ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, ein, dein Atem Man kommt und geht ganz weich, aus, wie eine Welle, zwei, drei, vier, ein, tief nach unten in deinen Bauch, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, ein, von deinem Bauch bis nach oben in deine Brust, aus. Ein, und noch weiter nach oben bis zu deinem Schlüsselbein, aus, ein, aus, lasse ausatmend alles wieder gehen, ein, dein Atem kommt und geht, aus, aus, ohne Anstrengung, ein, aus, ein, in den Bauch, in die Brust und weiter hoch, aus, entspannt wieder nach draußen, aus, ein, Bauch, Brust, Schlüsselbein, aus, entspannt wieder aus, ein, Bauch, Brust, Schlüsselbein, aus, entspannt wieder aus, Aus, ein, bleibe fokussiert, aus, ein, und dann konzentriere dich jetzt auf dein Ziel, aus, ein, Ein, was willst du erreichen, aus, ein, was willst du erreichen, aus, ein, was willst du erreichen, aus, Aus, ein, 80% unserer Leistungsfähigkeit, aus, entstehen in unserem Kopf, ein, aus, Aus, vertraue deine Intuition, aus, vertraue deine Intuition, ein, glaube an deine Fähigkeiten, aus, Aus, und lasse dich nicht durch limitierende Gedanken verunsichern, ein, aus, Aus, konzentriere dich mit deiner mentalen Energie, ein, auf die klare Formulierung deines zukünftigen Erfolgs, aus, Aus, ein, dies kann entscheidend sein, aus, übersieg oder Niederlage, ein, Aus, aus, ein, und während du dein Ziel in deinen Gedanken in immer klarer und deutlicher formulierst, aus, Aus, steigere das Tempo deines Atems, ein, und atme auf zwei Zeiten ein, und auf zwei Zeiten wieder aus, aus, Ein, zwei, aus, zwei, ein, zwei, aus, zwei, ein, zwei, aus, zwei, dein Atem bleibt weiterhin ruhig und fließend, aus, zwei, ein, Tief in den Bauch, aus, die Brust und hoch zu den Schlüsselbeinen, ein, aus, und wieder hinaus, ein, aus, wie eine Welle, ein, aus, ein, Sollte es für dich schwierig werden, nun weiterhin durch die Nase ein- und auszuatmen, kannst du den Atem auch sanft durch die leicht geöffneten Lippen ein- und ausströmen lassen, aus, ein, aus, ein, aus, ein, Das ist eine Folge der leichten, ein, bewusst herbeigeführten Hyperventilation, aus, ein, aus, ein, aus, ein, Das ist eine Folge der leichten, ein, bewusst herbeigeführten Hyperventilation, aus, ein, aus, ein, aus, ein, Ein, aus, 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 ein Aus. Du bist vollkommen klar. Aus. Ein. Und fokussier. Aus. Ein. Aus. Ein. Du bist unschlagbar. Ein. Aus. Ein. Nur du selbst entscheidest über deinen Erfolg. Aus. Ein. Aus. Denn du allein bist der Erschaffer. Ein. Deines eigenen Glücks. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Wie fühlt es sich aus, alles erreicht zu haben? Aus. Was du willst. Aus. Ein. Aus. Genieße jetzt das Gefühl. Aus. Deines Erfolgs. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Atme vollständig ein. Und vollständig wieder aus. Atme alle Luft aus deinen Lungen aus. Und komme in die Atemlehre. Genieße die Magie der Stille. Durch das verlängerte Anhalten in der Atemlehre kommst du nun in einen hypoxischen Zustand, welcher dir inneres Wachstum schenkt und deine Leistungsfähigkeit um ein Vielfaches steigern wird. Sobald der Impuls zur Einatmung in dir entsteht, atme einmal ganz kurz ein und sofort wieder aus und halte noch ein wenig länger die Atemlehre. Du kannst diesen kleinen Zwischenatmer sehr gerne nochmal eigenständig wiederholen. Mit regelmäßigen Üben wird es dir immer leichter fallen, den Atem draußen zu behalten und den leistungssteigernden Effekt der intermittierenden Hypoxie mit jedem Mal zu erweitern. Und dann atme nun einmal vollständig ein. Halte den Atem in der Atemfülle, während du deinen Beckenboden anspannst, deinen Bauchnabel sanft nach innen ziehst, dein Kinn Richtung Brustbein sinkst, falls du sitzt. Und dir vorstellst, jetzt deinen Körper und dein Gehirn intensiv mit Sauerstoff zu durchfluten. Und dann lasse den Atem jetzt wieder gehen und genieße noch einen Moment. Du kannst den gesamten Ablauf dieser Meditation gerne noch ein zweites Mal wiederholen. Dies wird dir den für dich größtmöglichen Nutzen für deine Leistungssteigerung bringen. Ich danke dir, dass du dir Zeit für diese Breathwork-Meditation genommen hast und wünsche dir nun einen erfolgreichen Tag. Ich danke dir, dass du dich größtmöglichst. Ich danke dir, dass du dich größtmöglichst.